Hallo, ich bin Egemen, ich mache die Lehre als Logistiker hier bei Siemens und in meiner Freizeit spiele ich gerne auf meinem Piano. Ich habe mich für den Logistiker entschieden, weil mich der Prozess hinter der Logistik interessiert hat und weil es ein vielfältiger Beruf ist. Bei den Wareannahmen schaue ich zuerst, ob die Ware an uns adressiert ist, dann kontrolliere ich sie und einbuche. Sobald der Wareeingang erledigt ist, scannen wir die Ware ein und am richtigen Lagerort ein. Cool finde ich bei Siemens, dass wir weltweite Aufträge bekommen. Das kann zum Beispiel eine Lieferung nach Malaysia oder Norwegen, aber wir schicken auch kleine Päckchen innerhalb der Schweiz. Also ich finde es cool, dass man als Logistiker am PC arbeitet, aber auch sich körperlich betätigt. Wenn ich Material versende, schaue ich auf das Lieferadressenstimm und verpacke es so, damit es unbeschädigt beim Kunden ankommt. Wenn du diese Lehre machen möchtest, solltest du damit anpacken und gerne im Team arbeiten. Wenn auch du Lust hast auf eine coole Lehre bei Siemens, dann bewirb dich noch heute als Logistiker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.